ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 wir sind wieder mit der story dran wir sind mit unserem freund michael dran ja die letzte folge war relativ kurz und dafür wird die nächste folge jetzt hoffentlich ein bisschen was länger wir wollen nämlich unser auto mal ein bisschen verbessern dass wir mal irgendwo eine tuningwerkstatt finden habe ich auch mal eine da unten seine weil die felgen auf der karre geht einfach mal gar nicht und wir haben schon so viel geld da können wir doch investieren und wir gehen nämlich jetzt mal auto bauen ich hoffe dass wir alle teile frei haben schon viele teile frei haben so 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 Nein, war keine Absicht. Alles, die Felgen und, und, und. Cool, das war schon wieder. Michael ist blau, ne? Michael ist blau, ne? Ja, ich will die Mülle mal tiefer legen, Getriebe noch rein, Turbo noch neu rein. So, jetzt hat Michael zumindest mal ne neue coole Karre. So, dann fahren wir jetzt mal zu Michael und gucken mal, was da abgeht. Okay. Ja, seit wann hab ich die komische Hupe drin? Habe ich irgendwie die Kuppel geändert? Ich wollte sagen, die Serien mitsicht das, aber okay. Na gut. So, dann gucken wir mal, was jetzt abgeht. So. Oh. Hey, Mann. Fuck. What do you want? I'm your friend, I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope. Ah, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I don't know, sounds ridiculous. Mom, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you, you're a killer. You know? You are a man of action. You do not sit on couches, you take scores. You're back, man. We are back. All right? All we gotta go do is bust out Brad and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. Great. And, uh, so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job. And then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me! All right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. It's everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare. Enough with your goddamn threats! Yeah. Let me just ask you something. All right, something I've been thinking about. Up in North Yankton. Exactly who was buried in your place. I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! Fuck. Ah, great. Der haut mit meiner Mühle ab. Der haut einfach mit meiner Mühle ab. Der ist ein Arschloch. Fuck you! Hey, come on. Where you going? You know where I'm going! Fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back at my house. Come on. We'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! This is insanity! Oh, no. No, it's clear and reasoned thought. Finally! Stop your car. Come on. Come back. We'll talk. Oh, I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you. Everything. Just stop the car. Sorry, ich... Ich brauchte das Auto. Okay, I'm calling... Special Agent Norton. Shit. Davey. Shit, he knows. I think he knows. What? Who? The thing. Shit. Shit, how? I don't know how. He used his head. But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions. Shit. Then what? Then who fucking knows what? I don't know. I'm gonna go see if I can reason with him. I come, but I... I, I... Yeah, don't worry about it. This is between me and him. Besides, was wrong up there? I'm sure you ain't... Now. I'm sure you ain't far down his list. That's good to know. Shit. Shit. You need to go. I'm... Dreck! Fahr mit deiner Müde da weg. Bitte begib dich zum Terminal. Oh Gott, wir müssen nach oben. Können wir das erste Mal überhaupt rein? Du Armin, der Taxi, weg! Er kann nicht nach oben. Ich bin nicht so interessiert, wenn ich ihn spiele. Wir sind alle Ereignisse. Das Motorrad ist jetzt eine gitarre Motivation. Ich habe die Computer oder Magic. Wir werden da zugreifen. Ich glaube, ich weiß, welche Mission ist das? Bill gibt sich zum Friedhof von Ludendorff und da sind wir wieder auf jeden Fall beim ersten Teil. Ich werde totalen Wettbewerben. All right, everybody pay attention, no one gets hurt! Ich glaube, meine Damen und Herren, schau mich an. Amanda, das war die einzige Sache, was ich tun konnte. Entweder alle Menschen sterben, oder ein Mann rauskommt. Ich bin dieser Mann. Slow and steady, Team. Slow and steady. Sein Name ist Dave Norton, ein guter Mann, ein Realist. Er bekommt die Glück, ich rauskommt. Es ist nicht sogar eine Entscheidung. Amanda, ich habe keine Wahl. Joyce, willst du sterben hier, wo es immer snowen ist? Oder willst du gehen und leben, wo es immer sunny ist? All right, willst du leben? Tell me, du willst leben. Work das aus. Es ist so deep, aus der Stadt, du musst nicht wissen. Trust mich, nichts wird falsch sein. Nichts. Ja, ich höre dich. Wir müssen folgen die Klasse. Alles wird funktioniert. Ich habe das Geld gemacht, Amanda. Es ist vorbei. Baby, wir gehen raus. Sei glücklich, sei normal. Es sollte nicht so sein, wie das. Wir haben es geschafft. Baby, wir sind frei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Begib dich zu deinem Grab. Was ist denn da? Wie kommen wir denn jetzt da rein? Nimm mal hier den Weg. Funktioniert auch. Ach so? Dann komm plotieren reisigung. disproportionately, die Züge Cardiff zu machen. Ähm. Und wie kommen jetzt? Chemnisch? Ich bin fürs Einen messen. Ich hab meine Zeit. Geh mal, schau mal. Ich hab keine Scheiße. Ja, das ist wie man sieht. Der Mann, der keine Scheiße ist. Das ist schrecklich. Wie lange werden Sie für mich lieben, Mikey? Wann wird es stoppen? Was passiert in der Nacht? Es kommt aus der Licht. Ich schau mal, Trevor. Es gibt nichts da. Das ist es. Moment. Moment der Wahrheit. Als ob ich nicht wusste. Brad! Schau mal. Wir machen was wir müssen, um zu überleben. Diese Sache, das nicht funktioniert wie es sollte. Oh, wie war das? Was Brad in der Kanon? Ich in der Boden? Oder wir beide in der Küche? Brad wurde getötet. Du hast es gesehen. Er hat es nicht gemacht. Ich habe getötet, ich habe. Das ist es. Ich glaube, das einzige Sache, das nicht so gut war, war ich auf deinem Begriff, zehn Jahre später. Mikey. Ich schraubte dich. Und ich schraubte dich. Aber ich habe eine fucking Familie, Trevor. Wir alle mussten sterben. Er wurde sterben. Du Reptilianer, motherfucker! Ich wollte das nicht so gut kommen. Ja, du hast es. Du hast es nicht so gut gemacht. Aber ich mache es. Ich habe mehr zu verlieren als du. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es wurde gesagt, fröhlich. Jetzt schraub dir das fucking Trigger. Du hast es gut gemacht. Ich habe das jetzt geschmackt. Ich habe das Gericht und ich habe das natürlich gemacht. Ich habe das jetzt gezeigt. Ich habe den Mannen. Ich habe das. Mannen. Wacken. Mannen. Mannen. Was ist das? Joe Phillips. Herr Joe hat die Erfabung. Ey. Ho, ho. Ich bin nicht der Mann, es war das du gerade für schauen. Hey. Däucher mal. Gehe den Mannen. Lieber Mannen. Man. Steck in das Auto. Ah, was er denn? Ah, was er denn? Scheiße, das war nicht der Planer der Sache. Ich wollte es euch selber wie möglich im Auto. So, who are your pals, Trevor? Get out of the bed! Find it! He's here! Ah! You're going nowhere! Ah, you want a boyfriend, huh? You are going nowhere, mister! Trevor, you dick! This is it for you! We could have teamed up! Don't die for your lover! Oh, you're going nowhere! Oh, you're going nowhere! Philips went that way! So, the number are there. There are still three, four people. Hey, you got the wrong guy! You won't hurt him! You want a hot vest? You started this! You started this! No, system off! Oh, hey, pack off! Oh, hey! Back off! That's good! Give it up! Hey, go fuck yourself! Oh, my God! Oh, my God! Weapon! You're on ice! You're on ice, friend! You're on ice! Oh, my God! Oh, my God! We got you! You idiot! So, we should have Munition-Methoden to take the way! Oh, my God! We got you! Oh, yeah, whoa, I ain't got anything against you people You should have gone after the other guy You're making a mistake Fuck off You want a boyfriend, huh? This is how many guys you send to kill Trevor Phillips? You're out of your element Mother, woman, quickie los, stand los da Scheiße, ich hatte so weit runter, ey Scheiße, ich hatte Chinesen Hey, you got the wrong guy You started this We got the team up And another van Okay Hey, come on I'm gonna have a You're out of your drum You're out of your heart Why don't you get out of your heart? I got out of your heart I got out of your heart Ah, you want a boyfriend, huh? Hey, can't we do this where the weather's better how many guys you send up here So, is there another one, or what is that, or what is that, or what is that? Oh. Oh, fuck yourself! Oh, tomato! What's up? So, is that now good, or is that now more? Oh. Oh. Oh, and you got nowhere to go, boyfriend. Oh, alright, alright. natürlich haben sie dann immer jedoch flieg zurück zur flugplatz vor 10 die chance dann machen wir mal feierabend ich muss mich ankommen gehen und wir essen oh da mal in mr. phillips das ist wei chang du kennst mich antau ja der x nut zurück aus dem kontrakt wie ist er? noch lernen die rote danke meine Freunde mögen dich in Nord-Yankton ich hatte gedacht wir können ha 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 war das deine Leute? oh natürlich sorry ich musste raus deine operativen Probleme für mich ich möchte in Blaine County aber deine business und deine temperament preventen mich von machen inroads oh wow to bad ich weiß nicht was kannst du damit ich habe schon etwas gemacht wir haben deine liebte woe 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 mein liebte? michael de santa ja du live in in your trailer together with the maid and then you were alone in that big house well you're clearly very close you know how much will you keep up for his safety ha 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 my lover yeah right it's a tough break I never want to double cross a friend and put him in danger but you gotta do what you gotta do my business ain't going anywhere I'm serious about this he will die tell him I love him dearly so ich habe es dir mitgenommen jetzt wirst er landen ok ok der soll jetzt die Karre holen ui ich wollte ich den noch schön in der Schleife fliegen aber irgendwie will der nicht das war mir klar dass ich einfach weil ich es nicht nach rechts fliegen will der einfach schön nach unten geht hm nicht wirklich oder bricht das jetzt alles immer neu an hin na super das habe ich jetzt bewusst mal weggedrückt was macht der schreibt mir der sms und ich will ihn dann zurück rufen um das abzuklären ja jetzt schmeißt er den Handy weg naja dann müssen wir das halt nochmal machen mit dem w back wo es ich hier es hier So. Sorry, das geht jetzt gerade gar nicht. So, sicher gelandet. So, dann würde ich sagen, wir wollen mal feiern. Oh, wir haben automatisch Fallschirme für die Flugzeuge und so. Gut, dann würde ich sagen, wir wollen mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann würden wir wahrscheinlich im Devin Westen das letzte Auto holen. Bis dann. Und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA 5.